die mama sagt gleich ist soweit ihr lieben bald ist schlafenszeit den satz habt ihr bestimmt auch schon ganz oft gehört und wie alle kinder habt ihr eigentlich auch gar keine lust dazu ins bett zu gehen das haben die hasenkinder in diesem buch auch nicht aber so nach und nach fallen ihnen allen die augen zu erst im einen an dem nächsten egal ob beim zähneputzen oder beim schlafanzug anziehen alle werden sie müde und am ende schlafen sie alle in ihrem bettchen so wie ihr wahrscheinlich auch das ist eine wunderbare gute nacht geschichte die ihr mit mama und papa lesen könnt damit ihr bestimmt ganz viel freude hat